Herzlich Willkommen in der Schneider Küche. Tja, wir haben alle irgendwie das gleiche Problem. Wir suchen Hefe. Du brauchst nicht lachen, Karika. Ich zeige euch, wie man Hefe machen kann. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt, also ich habe mir ein bisschen informiert, was man so machen kann, weil ich dasselbe Problem habe wie die meisten. Ich kriege nicht mal, ich habe noch einen Ersatzwürfel hier, aber ich kriege nicht mal zwei Würfel Hefe und ein bisschen Trockenhefe, dass die Backe weitergehen kann, dass man mal Semmel machen kann oder so. Du müsst mich entschuldigen, wenn ich nicht so ganz klar bin beieinander, aber ich bin noch nicht so ganz fit, komme gerade frisch aus dem Krankenhaus. Aber dennoch, es muss weitergehen. Also, wir nehmen ein Allgäuer Büblebier. Und davon nehmen wir jetzt 100 Milliliter. Also beim Sauerteig ist ja so, beim Sauerteig nehmen wir da 100 Milliliter Wasser. Und dann tut ihr da einen Esslöffel Mehl rein und einen Esslöffel Zucker. Nein, Zucker, kein Esslöffel, sondern nur Mehl, genau. Wasser und Mehl und Roggenmehl oder Dinkelmehl und das gärt ihr miteinander. Und dann tut ihr das am nächsten Tag wieder 100 Milliliter rein und einen Esslöffel Mehl. Und am dritten Tag tut ihr dann 200 Milliliter Wasser rein und zwei Esslöffel Mehl. Und so macht ihr euren Sauerteig. So und jetzt Hefe machen wir jetzt so. Wir haben die 100 Milliliter Bier hier. Die tun wir hier rein. Dann tun wir einen Esslöffel Mehl dazu rein. Und einen Esslöffel, ich nehme zwar den jetzt mal mit Vanille drinnen, aber das Brot einen schönen Vanille geschmackig auch. Was Neues, Hefe und Vanille auch. Und dann einen Esslöffel Zucker. Und das verrührt ihr und stellt ihr an einer warmen Stelle hin. Dass das schön miteinander arbeiten kann, weil das Bier wird hier mit Hefe gebraut. Und eigentlich ist es dieselbe Hefekultur. Deswegen kann man das dafür nehmen. Das lasst ihr jetzt schön miteinander gehen. Tut das abdecken mit einer Folie. Und wenn das dann fertig ist, dann zeige ich euch, wie man sie benutzt. Auf jeden Fall hoffe ich, ich kann euch damit eine kleine Hilfe geben, dass ihr nicht ganz ohne Hilfe dasteht. Wie lange muss man es gehen lassen? Oder woran sieht man das? Ich würde mal sagen, an einer warmen Stelle ein bis zwei Tage. So lange? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also es ist selber ein Selbstversuch. Und beim Sauerteig ist es so, wenn ich es bei 25 Grad, also an einer warmen Stelle, einen Tag gehen lasse, dann sieht man am nächsten Tag schon die Bläschen obendrauf. Und am zweiten Tag, wenn ich es wieder aufgefüllt habe, dann sieht man wieder die Bläschen und der Teig, der riecht dann auch säuerlich. Das hier darf nicht säuerlich riechen, sondern das sollte dann nur einfach die Form verändern. Man sieht dann auf jeden Fall, dass die Hefe, dass die Kulturen sich vermehrt haben. Und dass es dann eine Masse wird, wie ein Hefel, was man macht, um einen Teig zu machen. Also wo man dann Hefe und Wasser und Salz oder Zucker mit reinbröckelt. Und der Hefe dann in der Mitte schon praktisch das überstäubende Mehl zum Reißen bringt. Und das machen wir hier dasselbe. Also praktisch, wenn ihr schon seht, dass es eine Masse ist, dass es klumpig ist, so schmierig wie ein Teig praktisch, dann könnt ihr es auf jeden Fall benutzen. Da habt ihr eure Hefe. Probiert es aus, sagt mir euer Feedback. Alles klar. Und ich zeige euch dann, was wir daraus gemacht haben. Gut. Ciao. Tschüss. 2 Nummer 1 Nummer 4 ? 1 Nummer 5 einen Dollar 5. Untertitelung des ZDF, 2020